Herzlich Willkommen! Ich bin im Nürnberger Stadtteil Zahrzabelshof, kurz Zabo, und zeige Ihnen eine Eigentumswohnung in ruhiger Wohnlage. Im nur wenigen Gehminuten entfernten Ortskern finden Sie sämtliche Läden des täglichen Bedarfs. Zwei Lebensmittelläden, ein Bioladen, Apotheken, Ärzte, Friseure, der Optiker, ein Juwelier, Schreibwarenladen, Fahrradladen und auch ein Bücherladen sind hier ansässig. Gleich ums Eck ist der Aussägerplatz, eine Grünanlage mit Spielplatz. Hier fließt der Goldbach. Das Haus befindet sich am Ende einer ruhigen Sackgasse. Die Wohnung ist im zweiten Stock eines Dreifamilienhauses. Der darüber liegende Dachboden gehört dazu und kann ausgebaut werden. Im zweiten Stock sind es aktuell drei Zimmer mit einer Wohnfläche von ca. 75 Quadratmetern. Wenn man das Dachgeschoss mit ausbaut, könnte man bis zu fünf Zimmer und 100 Quadratmeter erzielen. Die Wohnung betreten wir über eine große Wohndiele. Das Wohnzimmer mit ca. 25 Quadratmetern hat eine durchreiche zur Küche. Der Küche schließt sich eine kleine Speisekammer an. Auf Wunsch kann die Einbauküche kostenfrei im Objekt verbleiben. Die Wohnung wurde 2009 renoviert und mit einem Laminatboden in Nussbaumoptik ausgestattet. Das Tageslichtbad hat ein Waschbecken, Toilette und Badewanne. Der über der Wohnung liegende Dachboden mit ca. 25 Quadratmeter Dienwohnfläche kann noch ausgebaut werden. Viele Möglichkeiten wie Einbau einer Loggia, Missionette oder Galerie-Lösungen sind denkbar. Vielen Dank für Ihr Interesse!